Passt's? Passt schon. Also Servus, mein Name ist Tony Dürmeier. Ich bin seit dem 1.9. als Gebietsverkaufsleiter der Hinterbar Blink für Bayern zuständig. Mein Gebiet umfasst Augsburg, Nürnberg, Würzburg, Passau und bis an die österreichische Grenze runter. Ich freue mich bald, dich oder sie als Kunden kennenzulernen. Lass uns gemeinsam mal starten, mal richtig was reißen und freue mich auf die Zukunft und bis bald. Servus.